...einschwindere Reibfahndürfe. Zuerst kommt die Christmache. Ich setze die Christmache, die kommt schnell her. ...einschwindere Reibfahndürfe. ...einschwindere Fortschritte. ...einschwindere Fortschritte. ...einschwindere Reibfahndürfe. 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 Als Schütze, die Frau Mieterweiser, die Frau Daffold aus Unterdorf, ja, das ist eine Verordnung an das Publikum. Sehr geehrtes Publikum, wir haben ja auch eine Chance her, es war ein bisschen ausprennend bisher zu fliegen und ich glaube, wir haben auch ein schönes Wetter gleich mitgebracht. Das sind die von da unten draußen. Jetzt möchte ich mich eigentlich gern von diesem hoffeligen Ding da runterkommen, mit Heilkost zu essen und zu trinken. Wir sind eigentlich schon sehr gut, die Uhr. Uns haben schon gehört, das ist ja sehr gut, die Uhr kommen aus Berlin. Es gibt eine Menge Urlauber und andere noch so hochgestellte Persönlichkeiten wie Bürgermeister aus dem Leben von Sulz. Wir begrüßen in erster Linie natürlich sehr hübsche Bürgermeisterin, Frau Bürgermeisterin, dann Herr Bürgermeister Kahnan. Brems Kirchermeistern, dann Herr Bürgermeister Kahnan. Ich habe unsere Nachtwürgermeister auf dem Schiff. Und noch nicht, wir haben unseren Ruhjagbek-Kahnan. Der Schenkenanz aus Laval. Vielen Dank für die Zuschauer. Vielen Dank. 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 Meier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.